Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesen Predictions in der 22. Woche der NBA Season 2021, 2022, Teil 3 von Teil 3 mit den Predictions. Wer sich fragt, warum ich jetzt ein Lakers Trikot anhabe und nicht Miami Heat, weil ich das ja Woche zu Woche in den drei Teilen jeweils das gleiche anhabe. Aber heute um 1 Uhr spielen die Lakers gegen die Wizards auf der Zone, deswegen. Aber los geht's mit den Predictions. Heute um 0 Uhr Charlotte Hornets, Berlin gegen Dallas Mavericks, 102 zu 106. Dann um 1 Uhr Washington Wizards unterliegen die L.A. Lakers, 101 zu 136. Dann um 1 Uhr auch Cleveland Cavaliers gegen die Tork Pistons, 104 zu 104 für Cleveland. Dann um 20.30 Uhr Indiana Pacers gegen Portland Tuell Blazers, 121 zu 112 Pacers. Dann Houston Rockets, Berlin gegen Memphis Grizzlies, 113 zu 126. Dann um 23.00 Uhr Orlando Magic gegen Oklahoma City Pfander, 115 zu 112 für Orlando. Atlanta Hawks gewinnen gegen New Orleans Pelicans, 121 zu 98.00. gegen Sacramento Kings, 106 zu 106.00 Uhr gegen Sacramento Kings, 106 zu 103 für Phoenix. Und morgen um 0.30 Uhr New York Knicks gegen Utah Jazz, 117 zu 112 für New York. Dann um 1 Uhr Denver Nuggets gewinnen gegen Boston Celtics, 99 zu 98.00. Und um 1 Uhr 30.00 Uhr Philadelphia 76ers gewinnen gegen Toronto Webters, 112 zu 98.00. Und Golden State Warriors verlieren gegen Thunder Antonio Spurs, 96 zu 123.00. So, das war's von Woche 22 der NBA Season 2020, 2021, 2022 mit dem Predictions Teil 3 von Teil 3. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Tümpchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehmst die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen und bis dann, ciao.